Musik Ja, hallo! Einen lieben Gruß aus dem Fachhaus St. Bonifatius hier in Eastbaden. Ihr seid sicher schon ganz gespannt, denn heute wollen wir hier auf diesem wunderbaren Kästchen die Gewinner des Rätsels des Kirchenquistes ziehen. Insgesamt haben 18 Kinder daran teilgenommen und 12 sind hier in diesem Kästchen drin. Die haben alle Antworten richtig abgegeben und da werden wir jetzt aus diesen drei Hauptgewinne herausziehen. Und es gibt jeweils ein Familienspiel und wollen wir mal gucken, wie viele Schnittlänge auf die Folter spannen, wer denn was gewonnen hat. Und ich ziehe das erste los. Sophie So, Spannung Der zweite Gewinner ist der Max Und nochmal Spannung Romy hat noch gewonnen Ja, euch dreien herzlichen Glückwunsch zu euren Hauptgewinnen. Die anderen brauchen nicht zu verzagen. Ihr bekommt auch alle einen Prostpreis zugeschickt. Wir wünschen euch viel Freude damit und in der Hoffnung, dass wir uns bald auch persönlich wiedersehen. Und bis dahin euch und euren Familien eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss!